Weißt du, wer die Schuld hat? Die Maschinenüberflug, der Kruzifix. Wenn Edi vor mir hätte, den Zappern klein an der Stelle. Edi, ich bin Arbeitsschuld. Ich weiß, wer schuld ist an dem ganzen Jammer. Der Galvaner. Er hat die Kontaktelektrizität erfunden. Und jetzt geht's wieder los mit einer Geschwindigkeit von 5000 Jahren die Stunde. De viribus elektricitatis in motu musculari. Schauen Sie her, wissen Sie, was das ist? Das ist eine Stromrechnung, wo es in September 630 ist. Ich werde die Elektricität nicht erfinden. Aber finden Sie ein anderer? Die Theorie liegt in der Luft. Dann lass sie doch in der Luft liegen. Und fahren wir denn jetzt hin zum Physiker Galilee. Du hast doch selbst gesagt, dass der Fortschritt schreit an einem ist. Wenn ich an Ihnen gar nicht entdecke, dann entdeckt es ein anderer. Wenn der Buchdruck noch nicht erfunden worden wäre. Wie schaut's denn aus im Paradies? Du hast doch selbst gesagt, dass der Fortschritt für dich gerade gerade ja schon mal wie leicht gehabt��st. iverr dick ruralverschritt ist eine komplett neue Langs 대한 größte crying.